So, herzlich willkommen zu I am Brad. Ich bin ein Brot. Ah, habe ich mir eben gerade installiert und ich habe mir einfach gedacht, ach komm, scheiß drauf, tun wir es mal aufnehmen. Ich habe es noch nicht angespielt, ich habe absolut gar nichts gemacht. Ich spiele auf dem Xbox-Controller. Coming soon, coming soon, coming soon. Wir spielen mal Kitchen. Das ist der erste Level. Ich habe es natürlich schon auf YouTube gesehen, daher weiß ich ungefähr, was wir schon machen müssen. Kein Bock den Shit zu lesen. Duration in 63 Minuten. So, become toast. Ah, geil. Ich hätte erstmal die Steuerung umstellen müssen. Settings. Ich benutze mal die Maus, das geht schneller. Gamepad. Ja. Genau. Äh. Ah. Ich muss mich erst an die Steuerung gewöhnen. Wuh! Scheiße. Okay. Äh. Bisschen tricky. Scheiße, Alter. Wie soll man denn da zurechtkommen? Äh. 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 Ups. War nicht. Also, wir müssen... Ja, ich... Ich lege mich erstmal hier hin. Äh. Das da. Da ist Butter. Und wir müssen da hinten hin zum Toaster. Ein leckeres Marmeladenbrot. Aber wie macht man richtig Marmeladenbrot? Wir machen erstmal hier, so oben seht ihr, Grip. Das ist so eine Art, ich sag mal, wie wir uns, das hört sich ein bisschen falsch an, so festen Sa... Oh, da ist die Butter. Aber ich sag mal, Butter erstmal scheißegal. Ich glaube, ich gehe mich erstmal toasten. Ganz ruhig, ganz... Nein, falsche Richtung. Okay. Ja, ja. Kann sein, dass ihr ab und zu mal meinen Controller hört. Na. X. Jetzt. Hö. Hoch. Okay. X lassen wir wieder los und dann... Nein. Aha. Also die Steuerung... Sehr schwer. Wie jetzt? Gut, lassen wir mal da los. Wäääh. Okay. Alter, warte. Hä, was? Das ist doch verarschen. Nein. Alter, das ist so schwer. Nein, nein, nein. Jetzt. Ha. Ich glaube... Na, komm, hoch mit dir. Bruder, nein. Ich glaube, das war doch keine so gute Idee. Oh, seht ihr... Ich verdiene eh... Seht ihr das? Oh, lecker. Nam, nam, nam. So, das war's erstmal. Alter, was ist das bitte für ein Spiel? Play again. I am loading. So. Gut. Zack. Ne, so. Bleh. Oder soll ich mich erstmal hier... Pfi. So, jetzt müssen die zwei... Genau. Geh kaputt! Äh, A. Jetzt hier und... Hallo? Ja. Das ist so ein Scheißspiel, Alter. Aber es macht Spaß. So, komm. Wir buttern uns mal. Wir müssen mal... Nein. Wir müssen... Ich als guter Deutscher weiß der wie... Nein. Oh, man muss... Ich begaffe das Müsli. So. Da sieht man schon, was da glänzt. Das ist die Butter. Wir müssen... Auf die Butter drauf. Oh, geil. An uns hängt Müsli. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus. Noch ein bisschen mehr mit der Butter rumküssen. Mh. Ah. Was ist das? Dass so ein Toast so viel anrichten kann. Ja, komm. Saug dich fest. Ah. Na, jetzt. Ja. Ich laufe. Oh. Vorsicht. Jetzt. Blatsch. Zack. Hopp. Na. Nee. Ich kann ja mal hier... Schon mal kaputt machen. Denn wir machen ein leckeres... Uah. Uah. Marmeladenbrot. So. Ich glaube, wir haben uns jetzt genug gebuttert. Sogar mit Erdnuss. Oder was? Ja, Erdnüsse. So. Und jetzt. Uah. Uah. Jetzt. Na. Nein. Nee. Nö. Ja. Ja. Ich muss den Deckel da wegkriegen. Jawohl. Schawurbel. Das ist doch... Wow. Wee. So. Ah. Da sieht man schon, wir werden leicht rot. Hm. Ah. Geil. Wow. Alter, die Steuerung. Hier, weißt du was? Weg damit. Ahem. Ich sagte... Weg damit. Wow. Gerade so noch gerettet. Ah. Nein. Das Alter. Nein. Da muss man echt aufpassen. Ja. Genau. Komm schon. Huah. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. So, jetzt müssen wir mal... Ach, wir können schon mal. Wir haben da ein Skatebird. Da unten habe ich gerade gesehen. Zuckung haben wir auch, wie wir sehen. Also, Zuckerentzug. Äh. Schaffen wir das? Vorsichtig. Gleich festkleben. Ah, geil. Aber wie? Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Kommt, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja. 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 Zack. So, und jetzt... Äh, da tut sich nichts. Hilfe. Ah, nein. Okay. Ah, komm. So, langsam. Nein. Äh. Hä? Nein. Komm. Hopp. Ja, komm. Heb dich an. Na. Hä? Cool, wenn ich jetzt loslasse, können wir uns wieder aufladen. So. Äh, uah. Uff. Ja. Uff. Hä? So, dann zucken wir mal hier rüber. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir nach da? Über den Kühlschrank? Also wir dürfen natürlich nicht über, äh, so unbedingt... Oh, geil, da ist ja Schinken. Hä, was? Hä? Hä? Was war das denn gerade? Ähm. Ähm, da tut sich nichts. Verstehe ich nicht ganz. Hä? Verstehe ich nicht ganz. Aber egal, es ist lustig. Ich mach das voll gerne. Ich glaube, sollen wir erstmal versuchen, da rüber zu kommen? So, hau die Butter kaputt. Einmal, whoops, und zack. Mh, geil, und bam. Auf die Butter. Haben wir jetzt die Butter? Ne, das Glasdingens. Ah, man, RB. Da muss man sich echt an die Steuerung gewöhnen. Ah, komm. Nein. So, und dann machen wir mal. Zack. Räumen den Shit mal weg. What? Diep. Da. Ah, so. Gleich mal puttern. Ne, Marmelatieren heißt das ja. Ja, komm. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Jawoll. Zack. Sieht aus wie so Regelblutung. Und. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. So, jetzt wieder auf das Skateboard. Scheiß mal auf die Butter. So. Ich find die Musik auch so geil. Uäh. So, jetzt zucken wir mal hier rüber. Dann mit allem festklammern, was wir haben. Uah. Okay, überlegen. Rechter loslassen. What? What? Huh. So, nein. Ich muss irgendwie. Hey. Können wir da sogar hinfahren? Ich probier's mal. So, stopp. Jetzt robbe ich wieder da hin. In die Richtung. Können wir das Skateboard bewegen? Also. Jetzt wieder nach da. Vielleicht können wir so zum Toaster hinfahren. Jetzt wieder da lang. Bis nun Fahrt kommen. Und dann nach rechts. Das sieht so einfach aus. Das ist aber verschissend schwer. Weißt du was? Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich weiß. Na komm. Nein. Ich komm rein mit der Steuerung nicht klar. So. Oh. Pfff. Pfff. Komm. So. Okay, wir brauchen die Butter. Dann kleben wir. So. Und jetzt. Wupp. Und hua. Äh. Ah. So. Und zack. Und. Kleben bleiben. Sehr schön. Und. Hopp. Und. Hopp. Hopp. Ja. Ach. Ach. Da ist Dreck oder sowas. Ah ne. Ameisen. Kommen die her? Ne. Gut. Deshalb haben wir eben abgezockt bekommen. Ich hab grad so. Hä? 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 Oh. Oh, da ist Käse drin. Geil. So. Da haben wir Ameisen. Boah, da muss man echt aufpassen. So. Einmal. Ähm. Genau. Jetzt. Nein. Andere Richtung. Da lang bitte. Da lang. Da lang. Da lang. Bäh. So. Noch ein bisschen, oder? Was haben wir da drinnen? Na, komm. Hier. Erheb dich. Jawohl. So. Wenn ich jetzt. Ich rob jetzt mal hier hin. So. Left. Ja. Nein. What? So. Da haben wir uns festgesaugt. Hoch. Nein. Gut. So. Zack. Zack. Hö. Na? Er macht nix. Also, die Steuerung ist echt noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Boah. Uff. Ah. Wir müssen da hinten in den Toaster. So. Ich mach das jetzt mal mit Schwung. Ah. Nein. Pff. Das ist schwer, Alter. Richter. Linke. Nein. Uah. So. Right. Nein. Okay. Beide links. Beide rechts. Uah. Ah, Mann. Ich lade nochmal Grip auf. So. Und jetzt erheben. Ne. Ich komm da nicht weiter. Ach, kann ich da hoch robben? Schade. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Äh. Na. Hopp. Hopp. Jetzt. So. Nein. Oh. Alter. So. Komm jetzt. Na. Hopp. 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 Ja. Nein. Oh. Fuck. Oh. Wir kleben. Rechte Taste. Nein. Den hier. Und jetzt. Genau. Alter. Oh. Da komm ich doch nie wieder raus. Oh. Fuck. Scheiße. Kann ich das Ding irgendwie? Ne. Hopp. Na. Hopp. Ach. So. Äh. Rechte Taste. Das da. Dann hier. Und zack. Nein. Ich wollte hier rüber jetzt. Ja. Hopp. Na. Na. Uah. Uah. Master of Gameplay. Okay. Also ich glaube. Da ins Wasser dürfen wir auch nicht so unbedingt. So wie. Nein. 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 Es hat so gut geklappt. Fuck. Ja gut. Dann probieren wir es nochmal in der nächsten Folge. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Irgendwie da hinzukommen. Kann ich dich einfach über die fette Wand da? Mann.